Hallo, wir sind hier in der Café Rösse Raleia in Offenbach. Wir arbeiten jetzt mit den Markthelden zusammen. Also einfach fleißig auf Facebook die Seite liken. Wir haben tolle Geschenke an Weihnachten, die Sie bei den Markthelden bestellen können. Oder kommen Sie einfach bei uns vorbei. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss.